Hallöchen liebe Minecraft Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Feed the Beast Continuum. Joa, nachdem wir in der letzten Folge hier auch diese schicke Rüstung gebaut haben und den Flux-Infused Bow, wollen wir uns heute mal ein bisschen drum kümmern, das was unser Fischer oben ausspuckt, mal da die Verzauberung rauszukriegen. Bevor wir das allerdings machen, möchte ich mal mich drum kümmern, dass ich hier meine Futterprobleme gelöst kriege und dafür wollen wir mal den Meat Feeder bauen. Dafür brauchen wir ein bisschen Plastik in Reum Alloy Ingots, Enhanced Galgadore Metal und Glass Bottles. Wir gucken mal was wir hier haben, wir haben nur die Glass Bottles. Okay, aber hier sollte doch eigentlich Plastik hin. Wieso habe ich keinen Rubber? Moment, das ist Silicon. Wie kriege ich den Rubber? Rubber. Rubber, Rubber, Rubber. Äh? Meat Feeder. Habe ich noch Plastik? Ja, 37. Okay, dann machen wir. Gucken wir, ob wir das Rezept gleich umgebaut kriegen. Ähm, fangen wir mal mit diesem Enhanced Galgadorium Zeug an. Äh, dafür brauchen wir Large Lamp of Galgador. Dafür brauche ich jede Menge andere Scheiß. Eye of Galgador. Dafür brauche ich die Eye of Ender. Ähm, die habe ich oben da schon mal welche gemacht in der letzten Folge. Ähm, habe ich die mit runtergenommen? Dann habe ich die mit runtergenommen. Okay, sind hier unten drin. Äh, zack, 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 zack. Äh, okay. Oh Gott. Das ist ja die Klickerei. Das ist ja schlimm hier. Kann ich mal acht Stück davon machen. Danke. So. Nein. Achso. 1, 2, 3. Ich glaube drei Stück sollten dafür reichen. Block of a diamond. Einen. Und dann kann ich hier, da kriege ich... Boah. Wait. Wait, 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 wait. Da brauche ich doch neun Stück, um so ein Ding herzustellen, oder? WTF? WTF? Alter, willst du mich verarschen? Äh, magma cream. Stack bitte. Vielen Dank. Boah, ist das teuer. Alter, Fille. Ja, Mann. Zwei. Nee. Kann ich hier die so bauen? Ja. So. Und jetzt machen wir das so, und so. Ah, jetzt sind wir Gas-Tears. Boah, ist das... Gibt's hier endlich sowas wie ne Teleporter? Ich muss mal gucken, bei Gelegenheit. Habe ich keine Gas-Tears. Ich darf doch hier übrigens sechs. Ah, wie viel ist denn da drin? Ähm... Gars. Ist das der Gars? Das der Gars? Okay. Hören wir mal hier so. Ähm... Wo ist meine Wrench? Die... Bläser-Wrench? Zack. Und... Zack. Dann... Den raus. Den rein. Und start. Ja, genau. Jetzt geht er die hier nicht. Weil er zu weit oben drüber sitzt. Dann machen wir's halt von alleine. Also... Ah... 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 Okay, der Meat-Feder dauert doch länger als gedacht. Alter Finne. Also ich habe nicht gedacht, dass das so ein Aufwand wird. Ah... Ah... Aber gut. Ist halt so. Ah... Ah... Dann machen wir das Zaubergedöns halt in der nächsten Folge, dann machen wir mal so ein Stack Ghast Tears würde ich vorschlagen. Und ansonsten müssen wir mal gucken, dass wir unsere Maschinen mal mit einem Upgrade mit Versehen, das ist ja eine Zumutung hier, geht ja gar nicht. So, zwei Stück noch, danke. Dann machen wir mal Pause hier, mein Freund. Was hat das jetzt am Mob bis hin gekostet? Ah, geht eigentlich, geht eigentlich. So, ähm, jetzt fehlt mir die Magma Cream wieder, ähm, gucken wir mal. Okay, jetzt haben wir die Diamond Blöcke, ich hab kaum noch Diamonds. Ich muss unbedingt gucken, dass ich Diamonds kriege, ähm, zwei, vier, sechs, acht, zehn. Mehr machen wir auch nicht, weil dafür sind mir die Diamanten dann doch wiederum zu kostbar. Ähm, das einmal hier. Dann kriegen wir einen hiervon raus und den einmal smelten. Und da kommen glaube ich neun Stück von raus, wenn ich das richtig im Kopf hab. Einen. Da kommt einer von raus. Wow. Und ich brauch zwei davon, ne? Boah. Das, boah, das reicht ja im Leben nicht. Das fehlt mir. Äh, jetzt fehlt mir wieder diese Eye of End. Jetzt brauch ich wieder Magma Cream. Ähm. Ähm. ein Stück noch. Das reicht auch nicht. Ich brauch noch wieder was von dem Stabilized Metal. Da brauch ich auch wieder Diamanten für. Oh man ey. Ach, Nuggets. Okay, wir gucken mal wie wir hinkommen. Also, ich brauch Magma Cream. Ach, da kommt tatsächlich nur einer bei raus, ey. Machen wir nochmal ein Stack davon. So, drei von den Dingern habe ich jetzt. Drei. Jetzt sehen wir wieder die Spider Eyes. Oh man ey. Also das Rezept ist echt, boah. Das ist richtig hüderlich. 16. So, dann kann ich. Das ist vier. Fünf. Sechs. Oh man ey. Teuer, teuer, teuer. Richtig teure Geschichte. Warte mal, da kommen hier jetzt mal zwei raus. Neun. Okay, damit haben wir das. Richtig teuer. Richtig mega teuer. So, dann haben wir hier die beiden Enhanced Galgadourin Metals. Dann brauche ich Plastik und Iridium und Advanced Alloy. Was habe ich davon? Da fehlt mir nur das Iridium. Okay. Iridium ist easy. Iridium. Da können wir nämlich Iridium Ohr aus Jojo Meta machen. Sechs, sieben Stacks machen wir mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Zack, zack. So, macht ein Stack Iridium. Jetzt gucken wir mal, wie wir das am effektivsten klein machen können. Im Grinder gibt es jedes Mal zwei. Ich hau das durch den Grinder, ist egal. Zack. Das geht am schnellsten. Wird das zufällig auch gleich gebraten? Wäre natürlich toll. Okay. Ähm. Mietfeeder. Mietfeeder. Da brauche ich hier 1, 2, 3. Ja, komm. Egal. So. Einen davon. Und dann Bäm. 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 Plastik. Und dann machen wir mal einen so einen Mietfeeder. Haha. Oh, sogar eine Quest. Wie cool. Ähm. Das mal weg. 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 Und das mal weg. Den Pokoball tun wir nachher wieder nach unten. Ähm. Das ist mein Questbuch. Da. Gucken wir mal. Da nicht. Da. Hier. Liquid Meatcans. 16 Stück. Gut. Die. Ähm. Die hauen wir da mal rein. Zack. Dann holen wir hier uns mal eine Tonne mit flüssigen Tiergematsche. Ich habe die zwischenzeitlich mal ausgetauscht. Ähm. Weil die nämlich so ziemlich voll gelaufen sind. Ähm. Und dann. Im Bottler oder im Fluid Transposer. Dann nehmen wir mal den Kameraden mit hier. Habe ich den zweiten zufällig hier. Nein. Dann ist der im System. Äh. Pfff. Nein. Ist er nicht. Wo ist der denn? Ah. Ja. Liquid Translocator. Dann brauche ich mal ein wenig Glowstone. Dann brauche ich den. Was in Magma Crucible. Fluid Transposer. Also hier. Ähm. Machen wir mal hier Platz. Ähm. Wo ist mein Netgematsche. Einmal darauf. Ja. 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 So. Einmal da hin. Einmal da hin. Einmal da hin. Einmal da hin. drauf. So. Und dann kriegt er den Input von hier. Zack. Voll. Und den Mietfeeder da rein. Und der füllt sich jetzt schön. Ah. Okay. Da geht ja gut was rein. Da hat er Finne. Okay. Was passt das bei leer? Können wir mal die Drums hinstellen. Die alle mal da oben drauf. Ja. Jetzt müssen wir gucken, dass hier nichts von oben den Input hat. Okay. Junge. Da geht ja ordentlich. Ordentlich was rein. Hauptsache es hält auch genauso lange wie es braucht zum Füllen. Okay. Können wir in der Zwischenzeit noch irgendwas anderes erledigen. Und zwar brauche ich oder möchte ich haben. Bookshelves. Dafür brauche ich natürlich dann mal ein paar ordentliche Books. Ah. Okay. Ja. Gucken wir mal wie weit wir da mitkommen. Dann brauche ich die Chisel. Dann kann der mal weg. Und die hätte ich gerne. Und dann hätte ich gerne. Wie sehen die denn aus? Äh. Äh. Die finde ich cool. Zack. Chisel all. Und dann fangen wir mal hier oben an den neuen Raum zu bauen. Äh. So. Ach man. So. Ja. Das müsste genug Platz sein für zwei Maschinen. Äh. Habe ich mein. Habe ich noch nen Builders Wand. Äh. Habe ich. Habe ich irgendwie Steine oder so. Hier kommen. Hier kommen. Aschlecken. Den auch wieder raus. Und. da. Ja. Passt. Okay. Ja. Das sieht einfach mal so schlecht aus. Ja. So. Dann können wir mal so schlecht aus. die schon wieder weg. Dann brauche ich ein paar Laboratory Blocks. Die habe ich hier unten. Zack. Und zack. Und nochmal welche mit. So. Dann machen wir das nämlich noch zu. So. So. Hier kann ich jetzt aber. Ähm. Ähm. Den Builders Wand nutzen. Wunderbar. Okay. Äh. Ja. Kann man machen. Der Fußboden passt so überhaupt. Eigentlich gar nicht. Den werden wir dann nochmal rausreißen. So. Ähm. Dann gucken wir mal. Ob wir da irgendwie eine Alternative für haben. Äh. Hier jetzt nicht wirklich. Da auch. Nicht eventuell. Die. Äh. Das sind die Tyrian Blöcke. hier ne. Naja. Das gefällt mir auch nicht wirklich. Ich habe doch hier noch die. Factory Blocks. Gucken wir mal. Was haben wir denn da Schönes. aus. Was würde gut zu einem Bereich für Verzauberung passen. Ähm. Da hätte ich gerne einmal diese. Beziehungsweise vielleicht eher die Orangenen. nennen. Und dann als Boden. Vielleicht die. 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 Die auch ganz. Wir gucken mal. Wir schauen mal. Also erstmal hätte ich die gerne hier vorne hin. Ja. Als Abgrenzung. Genau. Und dann. Gucken wir uns die mal an. Hier. Äh. Ne. Hm. Ja. Vielleicht. Hm. Ja. Mal gucken. Was gibt es denn noch. Äh. Ne. Oh. Ja. Was gibt es denn noch. Wohl das. Äh. Es ist natürlich. Äh. Ne. Äh. Äh. Gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Gucken wir uns die mal an. Ähm. Auch nicht so wirklich. Haben wir hier sowas ohne. Komplett ohne Muster. In Blau. Schauen wir mal. Ja. Äh. Ich lasse den Streifen mal drin. Äh. Warte mal. Wie haben wir hier? Eins. Zwei. 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 Ich kann hier leider kein andershabigen Streifen reinkriegen, sonst komme ich nämlich nicht auf eine Mitte. Hier sollen hinterher zwei Maschinen drin stehen, eine vielleicht hier und eine vielleicht hier. Ja, genau. Ja, das gefällt mir ganz gut. Gehen wir noch mal runter gucken, was unser Meetfeeder macht und in der nächsten Folge bauen wir dann unsere Verzauberungsmaschinas. Okay, der ist voll, sehr gut. Zack, instant full. Und der soll hier ins Bubblesmenü gehen. Ja, cool. Wir haben unendlich Meet. Zack, Screenshot gemacht und irgendwas habe ich gerade. Nein, habe ich nicht. Okay. Gut, dann pumpen wir das mal wieder zurück. Braune Soße wieder leer. Sehr gut. Den machen wir ruhig mal. Komm, wir lassen die Tonne da stehen. Zack, zack. Und zack. Dann können wir hier mal reinpumpen. Gut, dann würde ich sagen, das war es für heute. Leider doch nicht so richtig das, was es sein sollte. Aber der Meetfeeder war doch aufwendiger als gedacht. Aber so ist das nun mal. Dann würde ich sagen, ich bin raus für heute. Ich gebe hier nochmal meinen XP ab. Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Bei einer neuen Folge Feed the Beast Continuum. Und obwohl, nee, morgen ist Wochenende. Am Montag dann. Und ja, dann sehen wir uns wieder. Ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende. Bis dahin. Ciao und tschüss.